Da seid ihr ja? Wie dachte ihr kommt von da? Ich bin Bernd Kamphenkel. Ich habe so viel in der Natur erlebt. Nie werde ich meine erste Begegnung mit dem Rotmilan vergessen. Mit Bauer Kamphenkel und unserem kostenlosen Rotmilan-Koffer entdeckt ihr jetzt die Welt des faszinierenden Greifvogels. Wie können wir ihn schützen? Wie haben sich Natur und Landschaft verändert und was haben wir damit zu tun? Das Hanbo-Rotmilan gibt viele Tipps und Hintergründe für eure spannende Reise in die Welt des Rotmilans. Schaut doch mal in eurer Umgebung, ob er sich da wohlfühlt. Schaut mal in eure Landschaft hinein, ob er genug zu fressen findet. Gibt es da genügend Mäuse? Vielleicht könnt ihr auch etwas tun für diesen wunderbaren Vogel und seinen Lebensraum. Alle Infos zur kostenlosen Ausleihe unter www.rotmilan.org Wie sind die Musik?